In dem heutigen EG Wissen, wie der Umstieg gelingt, erfolgreich sein mit der Wärmepumpe, wird uns Frank Röder von Stiebel Eltron einen Einblick geben über die wichtigsten Punkte, gerade wie der Volumenstrom aussieht, wie der Kondensatablauf, wie im Prinzip die Schallemission aussieht, wie der EVU-Kontakt aussieht und die verschiedensten Themen, praxisorientiert, wirklich, was ihr beachten müsst, das behandelt er. Schaut es euch an. Ciao. Dann legen wir los. Jawohl. Also herzlich willkommen heute zum EG Wissen. Wie der Umstieg gelingt, erfolgreich sein mit der Wärmepumpe. Wir haben heute den Frank Röder geladen. Er ist Trainer und Planer bei Stiebel Eltron. Und wir haben jetzt einen richtigen Fachmann geladen. Das heißt, es geht wirklich um die Einsatzgrenzen der Wärmepumpe, die Beurteilung von bestehenden Heizflächen, Wahl der geeigneten Heizungshydraulik. Also es gibt verschiedene Themen, auf die der Herr Röder eingehen wird. Habe ich irgendwas vergessen, Tobias? Ne, also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich, dass wir heute mit Stiebel Eltron virtuell einen wirklichen Praxisworkshop anbieten können. Man sieht es, Herr Röder steht hier in seiner kleinen Praxishölle oder wie auch immer man das dazu bezeichnen mag. Da wird er uns auch einiges zeigen. Und von daher bin ich echt mal gespannt, wie heute Nachmittag das EG Wissen abläuft. Und ich glaube, dass es spannend wird. Und von daher gebe ich gerne direkt an den Herr Röder, dass Sie ein paar Worte noch... Das ist besser wie in den Chat, weil dann sehen wir es. Dann können wir die Frage auch dann freischalten. Wir werden am Schluss dann, am Ende des Vortrages, werden wir dann die Fragen beantworten. Sie können sie entweder gleichstellen oder dann im Nachgang stellen. Und der Herr Röder wird auf die Frage eingehen. Ja, dann halten wir es nicht länger auf, übergeben das Wort an Sie, Herr Röder. Und viel Spaß. Vielen Dank, Herr Rudolf. Und ja, liebe Energiegemeinschaft, vielen Dank für die Einladung und überhaupt die Möglichkeit, Ihnen hier aus Holzminden heraus was zu präsentieren. Mein Name ist Frank Röder. Ich bin hier im Energy Campus in Holzminden tagtäglich auf der Arbeit. Ja, bin Fachplaner und Trainer bei Stiebe Eltron und sende gerade aus Holzminden, südliches Niedersachsen. Und ja, freue mich dabei zu sein. Ein Thema hat der Herr Rudolf schon angesprochen. Von daher würde ich sagen, ich bin ja in unserem Energy Campus, in unserem Wärmepumpenraum. Hier bieten wir unsere Seminare an, wie den Wärmepumpenführerschein in unterschiedlichsten Ausprägungen, unterschiedlichsten Wissens- und Qualitätsstufen. Und von daher, hier fühle ich mich wohl. Von daher habe ich mich hierhin präsentiert. Und jetzt versuche ich mal, die Präsentation zu teilen, weil ich würde gern zu Beginn eine PowerPoint-Präsentation nutzen und dann vielleicht zum Ende des Vortrags nochmal auf einige Details des Gerätes eingehen. Da bewege ich mich mal zu meiner Maus. Mal sehen, ob mir das gelingt hier. Und zwar den Bildschirm freizugeben. Rudolf müsste freundlicherweise nochmal sagen, ob das geklappt hat. Augenblick. Noch nicht, aber jetzt kommt was. Jawohl, da ist es. Ja, super. Dann schaue ich hier nochmal, ob ich den Laserpointer finde, um Ihnen auch was zeigen zu können. Klasse. Ja, wie gelingt der Umstieg erfolgreich mit der Sanieren mit der Wärmepumpe? Ein Top-Thema. Megatrend, muss ich fast sagen. So oft, wie die Wärmepumpe aktuell in den Medien ist. Von daher genau zur richtigen Zeit, hoffe ich. Und ja, würde mich sehr früh freuen, wenn Inhalte in dieser Stunde dabei sind. Erlauben Sie mir noch kurz was zu unserem Unternehmen zu sagen. Der eine oder andere hat bestimmt noch mal, bestimmt schon mal die Marke Stiebel-Eltron gehört. Gegründet 1924 von Herrn Dr. Theodor Stiebel. Er hat den Ringtauchsieder entwickelt und die Elektrifizierung in Deutschland maßgeblich mit vorangetrieben, beziehungsweise Produkte entwickelt, die mit elektrischem Strom betrieben werden. Angefangen mit dem Ringtauchsieder, den er entwickelt hat. Und wahrscheinlich kennen uns viele auch über die, ja, über die elektrischen und trinkbaren Wassererwärmungsgeräte, dezentral vor allem Durchlaufer, Hitzer, Kleinspeicher und diese Geräte. Ja, so sahen sie damals aus, 1949. Schon wieder schick, manchmal das Design natürlich von der Effizienz überhaupt nicht zu vergleichen. Aber worum es heute gehen soll, sehr früh hat das Unternehmen und die Inhaber des familiengeführten Unternehmens gesagt, dass wir 1976, wir sind schon seitdem in der Wärmepumpenproduktion tätig. Das heißt, hier in Holzminden wurden schon sehr früh Wärmepumpen entwickelt, produziert und weltweit vermarktet. So auch heute, oder ich sende von unserem größten Unternehmensstandort. Und wir können aufgrund dessen, denke ich, auf eine lange Tradition und natürlich auch auf eine lange Erfahrungskurve zurückblicken. Und sehr gern teile ich unsere Erkenntnisse mit Ihnen. Stibeltron vertreibt heute neben Wärmepumpen Systeme für die effiziente Trinkwassererwärmung, Lüftungssysteme und Raumheizgeräte. Strom ist unser Energieträger, das liegt uns in der DNA. Da möchte man auch nicht von abrücken. Warum auch? Niedrige Energiekosten, ganz im Gegenteil. Das ist ja der Megatrend und der Schlüssel zur Energie- und Wärmewende. Und niedrige Energiekosten, niedriger CO2-Ausstoß, das hat uns schon immer angetrieben. Um effiziente Umwelttechnik zu produzieren und innovative Systeme auf den Markt zu bringen. Vor allem Komplettsysteme und einfache Wärmepumpensysteme zu gestalten, zu kreieren, sodass der Umstieg dann auch tatsächlich gelingt. Ja, das ist unser Energy Campus, der war kurz zu sehen. Ich möchte noch kurz erwähnen, nicht kurz erwähnen, sondern das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Nachricht für den Standort Deutschland, für die Region und natürlich für uns Mitarbeiter auch. Dass Stiebel Eltron am Standort Holzminden in den nächsten Jahren über 600 Millionen Euro investieren wird, um unsere Produktion, unsere Möglichkeiten zu skalieren, um die aktuelle Nachfrage zu bedienen. Und natürlich, wir haben Wärmepumpe von der Pike auf gelernt und haben natürlich jetzt die Chance und die Möglichkeit, mit der Wärmepumpe noch mehr durchzustarten, als es jetzt schon der Fall ist. Wir haben 2022 mit einem Produktionsrekord von 80.000 Wärmepumpen einen Plus von knapp 60 Prozent hingelegt und werden das in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Zum Thema. Bitte nicht erschrecken. Ich habe hier zehn rote Zahlen aufgeschrieben. Das sind keine 20-Minuten-Kapitel jeweils, sondern das sind Punkte, die ich mir mal herausgesucht habe. Also, wie gelingt der Umstieg? Ich habe mal für mich gesagt, wir, oder ich picke mal zehn Dinge raus, die aus meiner Sicht wichtig sind, die zu beachten sind, die Sie als Installateur, Planer, Techniker, Meister auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten. Wenn Sie sich mit dem Thema Wärmepumpe und dem Umstieg befassen. Und die würde ich jetzt gerne in dem Vortrag nacheinander erarbeiten oder abarbeiten und vielleicht auch das eine oder andere dabei, was Sie interessiert, um dann beim ganzen Webinar dabei zu bleiben. Ja, ich fange an mit dem ersten Punkt. Auswahl der Wärmepumpe, Vorlauftemperatur. Ich habe links immer so ein paar Thesen hingeschrieben, häufig anzutreffende Thesen und leider auch in großen Medien aktuell immer wieder zu hören. Wärmepumpen sind für die Sanierung ungeeignet. Wärmepumpen lassen sich nur in Verbindung mit Flächenheizung betreiben. Wärmepumpen erreichen die notwendigen Systemtemperaturen nicht. Sie wissen das wahrscheinlich längst. Das ist schlicht falsch und das ist halt unsere gemeinsame Aufgabe, auch den Endkunden davon zu überzeugen. Ich habe für den Beleg oder für einen Beleg mal zwei Geräte hier aufgeführt in dem Diagramm. Sie sehen hier auf der X-Achse die Außentemperatur von minus 20 bis plus 20 Grad. Also sehr kalte Einsatzbedingungen und dann eher Ende der Heizperiode. Blau markiert ein Gerät A, also ein Gerät mit Eigenschaften ganzjährig 65 Grad. Also ein typisches Sanierungsgerät, was auch spielend mit Radiatoren, mit Temperaturanwendungen umgehen kann oder mit Anwendungen umgehen, kann die höhere Temperaturen erfordern. Und dann haben Sie mal ein Produkt B und das wäre der erste Hinweis, eben darauf zu achten bei der Produktauswahl, okay, habe ich tatsächlich ein Gerät vor mir oder verliert, dass die Vorlauftemperaturen ganzjährig auf dem gewünschten Wert halten kann? Oder habe ich hier eher ein Gerät vor mir, was dann doch viel mehr für eine Flächenheiz- oder Niedertemperaturanwendung geeignet ist? Wobei, wenn Sie sich jetzt hier mal Gerät B, würde ja gar nicht den Vergleich so kritisch führen, wenn Sie sich mal das Gerät B angucken und bei verschiedenen Außentemperaturen sich das angucken. Also es gibt Geräteunterschiede, aber es gibt natürlich die Mehrzahl oder Vielzahl der Geräte haben ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen zur Verfügung und können die auch dem System zur Verfügung stellen. Was wohl stimmt, nicht wohl, sondern was stimmt, ist, dass mit zunehmender Vorlauftemperatur, also mit zunehmendem Temperaturniveau, die Effizienz des Gerätes sinkt. Das hat nichts mit dem Hersteller zu tun, das hat mit dem Funktionsmotiv einer Wärmepumpe zu tun. Und ich habe Ihnen auf der nächsten Folie mal aufgeführt, das gleiche Diagramm in seinen Grundzügen, also von minus 20 bis plus 20 Grad Celsius und mal die Vorlauftemperatur eingetragen. Angenommen, ich brauche im Auslegungsfall, also bei minus 15 Grad, an dem Standort, wo ich minus 15 Grad hätte, bräuchte tatsächlich ein System mit 65 Grad Vorlauf. Dann hätte ein Beispielprodukt dort noch eine Leistungszahl, also Nutzen geteilt durch Aufwand von 1,8. Und der Heizkurve folgend hätte dieses Produkt oder dieses Heizsystem, wenn es ein Radiatorenheizsystem ist, bei knapp 0 Grad noch 50 Grad Vorlauftemperatur von Nöten. Und mit zunehmender Außentemperatur sinkt natürlich dieses erforderliche Temperaturniveau. Und was Sie hier sehen, ist gleichzeitig der Anteil oder sage ich mal hier als Berg auch zu erkennen, der Anteil an Heizwärme, die ich im Jahr oder zu der bestimmten Außentemperatur tatsächlich ins Heizsystem übertrage. Und erkennen Sie hier zwischen 0 und 5 Grad werden 80 Prozent der Jahresheizarbeit erzeugt in der Übergangszeit. Das heißt, zum einen ist das Argument falsch, dass die Geräte diese Leistung nicht mehr bringt. Und zum anderen ist es wichtig dabei zu verstehen, dass Systemtemperaturen zur größten oder zur überwiegenden Zeit des Jahres deutlich niedriger erforderlich sind. Trotzdem sind wir Wärmepumpenplaner natürlich bestrebt, die maximal notwendige Vorlauftemperatur zu reduzieren. Das ist wohl wahr und daher kommt auch das Argument, es geht wohl doch mit der Flächenheizung besser als mit Radiatoren, wobei besser, schlechter, effizienter und weniger effizient. Das liegt einfach am Druckgefälle oder am notwendigen Druckunterschied, den der Verdichter überwinden muss, also vom Niederdruck auf den Hochdruck. Und je mehr Temperatur Sie auf der Hochdruckseite, also auf der Flüssiger- oder auf der Wärmeabgabeseite brauchen, desto höher auch die Stromaufnahme des Verdichters. Ein Grund dafür, dass am Ende die Effizienz etwas geringer wird. Und trotzdem, ich habe es hier auch mal auf die linke Seite geschrieben, die Heizmitteltemperatur folgt einer Heizkurve und man kann sich mitnehmen, je niedriger die Vorlauftemperatur, desto besser. Und man kann sich Werte merken zwischen 1,5 und 2 Prozent je Kelvin. Mal übersetzt, wenn Sie die Heizkurve oder wenn Sie die notwendige Systemtemperatur um 10 Kelvin senken können, dann sind in etwa 15 bis 20 Prozent Effizienzgewinn drin. Und ganz interessant in diesem Beispiel, obwohl diese Wärmeabgabepumpe bei minus 15 Grad eine Effizienz von 1,8 aufweist, hat die Jahresarbeitszahl in diesem Beispiel ganzjährig, also auf das Jahr bezogen, eine 3,0. Und diese 3,0 ist weit besser als das aktuelle Verhältnis zwischen Gas und Strompreis oder Öl und Strompreis und ist noch viel besser als das für die ökologische Betrachtung oder in der ökologischen Betrachtung notwendige Niveau, um tatsächlich ökologisch effizienter unterwegs zu sein. Denn der Primärenergiefaktor für Strom liegt weit darunter, der aktuell notwendig ist, weil wir immer mehr erneuerbaren Strom ins Stromnetz einkoppeln und dadurch, dass der Energieträger Strom effizienter wird. Und das treibt uns ja auch schon jahrelang an. Deswegen produzieren wir Wärmepumpen und entwickeln Wärmepumpen aus einer Kilowattstunde Strom, kann man halt mehr ziehen. Und ich habe auch noch ein paar Empfehlungen aufgeschrieben, jeweils zu dem Punkt Empfehlungen, investieren Sie unbedingt Zeit in die raumweise Berechnung der Heizlast. Warum? Und vielleicht der eine oder andere stöhnen und sagen, oh, passt das denn zur Praxis? Es ist wichtig, denn Sie können die notwendige Systemtemperatur ändern oder anpassen. Und Sie werden in einigen Objekten Heizkörper finden, die das gesamte Temperaturniveau nach oben ziehen oder negativ beeinflussen und warum nicht einzelne Heizkörper aus dem System nehmen, um die gesamte Systemtemperatur zu senken. Und für die aktuellen Förderbedingungen nach BAFA ist es eh notwendig, den hydraulischen Abgleich nach Verfahren B nachzuweisen und auch die Auslegung auf maximal 55 Grad Vorlauftemperatur vorzunehmen. Ja, also zusammengefasst, Wärmepumpen können das. Senken Sie, wenn möglich, die Vorlauftemperatur, aber haben Sie auch keine Sorge vor der Sanierung mit Wärmepumpen an Radiatoren-Systemen. Noch ein Hinweis an eigener Sache. Wer im Nachgang möchte, einmal schauen auf zum Beispiel Wärmepumpe.de, der Seite des Bundesverband Wärmepumpe, um sich dort einen Heizkörperrechner anzuschauen. Dort können Sie sehr einfach Normleistung eines Heizkörpers umrechnen auf unterschiedliche Bedingungen. Sehr hilfreich, wenn Sie den Heizkörper bewerten müssen. Und auf unserer eigenen Seite gibt es Heizlastrechner und diverse andere Rechner, die Sie bei dem Planungsprozess unterstützen. Zweiter Punkt, Heizstab. Ich springe immer so drüber und vielleicht merken Sie sich Fragen für später, dann für den Nachgang des Vortrags. Auswahl der Wärmepumpe, Heizstab. Häufig anzugtreffende Thesen. Wärmepumpen benötigen zwingend die elektrische Zuhörsheizung. Der Heizstab einer Wärmepumpe lässt den Stromverbrauch in die Höhe schnellen. Wärmepumpen dürfen weder noch über- noch unterdimensioniert werden. Und ich kann Ihnen als Planer berichten, darf schon 20 Jahre für unser Unternehmen tätig sein, dass sich in der Wärmepumpentechnologie eine Menge getan hat. Sie sehen hier mal so ein Diagramm auf den ersten Blick, vielleicht ein bisschen spooky und kompliziert. Aber wieder auf der X-Achse die Außentemperatur und auf der Y-Achse die Leistung des Gerätes. Und Sie sehen hier eine obere Kurve und eine untere Kurve. Die obere Kurve ist die maximale Leistung der Wärmepumpe, die ich hier mal in dem Beispiel ausgeführt habe. Und die untere ist die minimale Leistung, die die Wärmepumpe hat, wenn sie in Betrieb ist. Das heißt, es gibt einen Modulationsbereich. Ablesebeispiel in dem Beispiel hier. Bei 0 Grad kann das Gerät etwa von 7,5 kW auf 15 kW modulieren. Also Faktor 2 in dem Beispiel. Und das ist für Planer oder für uns Planer oder für Sie als Installateur natürlich eine Bomben-Nachricht. Weil das heißt, ich kann auf große Wassermengen zum Beispiel verzichten, die ich früher installiert habe, um die Mindestlaufzeit einer Wärmepumpe hinzubekommen. Man kann sagen, dass die Wärmepumpe grundsätzlich deutlich weniger taktet. Also sie kann modulieren, ihre Leistung an den Bedarf des Gebäudes anpassen. Und das Gebäude sehen Sie hier mal als Strich lineare Annahme eingezeichnet. Und was Sie hier sehen in dem Beispiel, die Auslegung ist hier so erfolgt, dass der sogenannte Bivalenzpunkt, also der Punkt, an dem die Wärmepumpe allein nicht mehr in der Lage ist, das Haus zu versorgen und auf die meist integrierte, zumindest bei unserem Hause, integrierte Not- und Ergänzungsheizung zurückgreift, die bei minus 10 liegt. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, das wissen Sie wahrscheinlich auch schon längst, dass natürlich tiefe Außentemperaturen zu deutlich geringeren Zeiten oder Anzahl an Stunden im Jahr notwendig sind. Bei so einer Auslegung sind Sie nahezu bei 98, 99 Prozent Gesamtdeckungsgrad der Wärmepumpe. Also der Heizstab ist hier schlichtweg als wirklich minimale Ergänzungsheizung unterwegs und dient als Notheizung, sollte es denn mal tatsächlich zu Problemen kommen. Dann haben Sie das als Übergangslösung oder Sicherheit installiert, wobei ich das gar nicht so stark thematisieren möchte. Ich wollte Ihnen nur beschreiben, warum Wärmepumpenhersteller sowas eventuell einbauen. Das ist eigentlich ein Feature, dass man noch eine Ergänzung oder eine Notheizung integriert hat. Letztes Mal dieses Wort gesagt, weil die Not haben wir nicht. Sie sehen das hier nochmal in dem Beispiel. Sie sehen, meine Diagramme werden immer verrückter. Sie sehen hier auf der rechten Seite das Leistungsdiagramm, also wieder der Bivalenzpunkt. Das B, ab welchem Punkt ist die Wärmepumpe nicht mehr in der Lage zu heizen. Und Sie sehen jetzt hier, also nicht mehr in der Lage, das Haus gesamt komplett zu beheizen, sondern weiterläuft. Also auch nicht davon ausgehen, dass die Wärmepumpe dann ausgeht, weil die Einsatzgrenzen liegen bei minus 20 Grad und tiefer. Aber wenn Sie auf eine Bivalenztemperatur von minus 5 Grad auslegen oder minus 3 Grad auslegen, dann haben Sie Deckungsgrade von 95 Prozent und größer. Von daher ist die monanergetische Betriebsweise, die wir so häufig für Luftwasserwärmepumpen auswählen, sehr effizient und die beste Effizienz haben Leistungsgeräte Wärmepumpe. Das vielleicht nochmal als Information, wenn der Drehzahlbereich zwischen 50 und 60 Hertz liegt. Das heißt, das ist auch nochmal für die Auslegung interessant. Aber so komplex sind Wärmepumpen überhaupt nicht mehr. Und das wollte ich Ihnen mit dem nachfolgenden Diagramm beschreiben. Das heißt, wenn wir für Sie eine Unterlage kreieren oder eine Broschüre erstellen, welche Einsatzbereiche haben wir denn eigentlich mit so einem Gerät, dann sehen Sie, dass es super leicht geworden ist, ein Produkt auszuwählen. Wenn Sie zum Beispiel hier mal die WPL 20A. WPL steht bei uns nochmal für Wärmepumpe Luft 20A. Dann sehen Sie, dass die von knapp 10 kW bis 17 kW einsetzbar ist. Jetzt wenn Sie sich fragen, wie geht das denn zwischen 10 und 17 kW? Das liegt an der Modulation. Also ein 10 kW-Gebäude könnte Sie komplett allein monovalent versorgen. Und 17 kW oder 16 kW, da wäre ich bei einem Bivalenzpunkt von minus 3 und einem Deckungsgrad von größer 95%. Und vertrauen Sie auf diese Angaben, wählen Sie die Wärmepumpe schlicht aus, ohne, sage ich mal, auf so Dinge vielleicht wie den Bivalenzpunkt zu promovieren. Wobei wir bieten Ihnen auch einfache, verständliche Tools, die Sie dafür nutzen können. Ja, also zusammengefasst, oder habe ich hier noch eine Empfehlung? Ja, genau, also wieder investieren Sie Zeit in die Berechnung der Gebäudeheizlast. Weil das muss man sagen, die Schere mit zunehmender Leistung wird eine Wärmepumpe nach wie vor teurer, als Sie das bei einem fossilen Gerät vielleicht gewöhnt sind. Das heißt, es macht Sinn, sich mit der Gebäudeheizlast intensiv zu beschäftigen, tatsächlich die Größe auszuwählen und dann eben den Deckungsgrad oder den Typ entsprechend festzulegen. Erdreich- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen legen wir grundsätzlich monovalent aus, also ohne Berücksichtigung eines Zusatzheizers, weil die Quellentemperatur, in dem Fall Erdreich oder Wasser, halt ganzjährig konstant ist und deswegen diese Notwendigkeit nicht besteht, dass es zwar kälter wird an dem Standort, aber davon merkt die Merbequelle, die Wärmepumpe, in dem Fall nichts. Schließen Sie Ergänzungen oder elektrische Notheizungen trotzdem an? Ja, also gar nichts dabei. Der Regler oder die Elektronik und Regelungstechnik ist so clever und klasse, dass Sie die elektrische Notheizung auch nur dann verwendet, wenn wirklich notwendig. Und die Diagramme und Tools, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die können Sie auch live bedienen, indem Sie die Stiebe-Eltron-Toolbox ansurfen, sich dort Login verschaffen oder beschaffen oder mit einem meiner Kollegen in Kontakt treten und sich dort das anschauen. Ja, das war schon der Punkt zwei, also Vorlauftemperatur, zweitens Deckungsgrad, also den Notheiz- oder den Heizstab, der oft so negativ besprochen wird, gar nicht so negativ sehen. Was wir im Kundendienst häufiger erleben, ist das Thema Mindestvolumenstrom. Ja, also wir sind es nicht unbedingt gewohnt, mit kleineren Spreizungen zu arbeiten und sind deshalb als Heizungsbauer vielleicht in den Dimensionen ja noch mit einem anderen Gefühl unterwegs. Sie sehen zum Beispiel hier, habe ich mal eine Wärmepumpe WPL25AC aufgeführt. Es ist so, eine Wärmepumpe ist ein mengenkonstanter oder braucht eine mengenkonstante Versorgung der Wärmesenke, also der Wärmeabnahme. Sie können das ein bisschen vergleichen mit Ihrem Kühlschrank. Wenn da der Küchenbauer die Schlitze vergessen hat, dann wird der Kühlschrank die Wärme nicht los und geht in Störung oder funktioniert nicht mehr. Und so ist es bei der Wärmpumpe auch. Wenn Sie die Wärme nicht abnehmen, wobei das gilt eigentlich für jeden Wärmeerzeuger, dann gibt es Probleme. Und Sie müssten den Mindestvolumenstrom halt sicherstellen. Das ist jetzt der Nennvolumenstrom für dieses Gerät. In dem Fall wäre der Mindestvolumenstrom bei einem Kubikmeter. Und ja, damit muss ich mich schon beschäftigen, muss schauen, kriege ich den unfallfrei durchs System, also geräuschfrei und habe ich die Dimensionen entsprechend gewählt. Heißt auch nicht, dass Sie jetzt mit so einer Sanierungswärmepumpe mit DN35 oder was durch die Gegend fahren. Aber es ist wahrscheinlich tendenziell größer als gewohnt. Ja, und ja, schauen wir mal rein. Welche Empfehlung habe ich hier gegeben? Erkenntnisse aus dem Wärmepumpenbetrieb. Der Mindestvolumenstrom einer Wärmepumpe ist höher und die Spreizung kleiner. Das habe ich eben schon erwähnt. Und das Heizsystem muss den höheren Volumenstrom stets sicherstellen können. Deswegen Anbindeleitungen und Anschlüsse sollten keinen hohen Druckverfluss erzeugen. Was ich Ihnen hier zeige, ist ein Systemschaltbild aus der VDI 4645, eine VDI-Richtlinie, mit der wir Fachplaner sehr gern arbeiten. Das ist eine von zwölf Standardlösungen, die dort abgebildet sind. Und hier sehen Sie eine Lösung mit Parallelpufferspeicher, die Nummer 8 in dem Fall. Hier haben Sie über diese Lösung den Mengenkonstanten vom Mengenvariablenkreis, also dem Heizkreis hier auf der anderen Seite, getrennt und haben somit eventuelle Volumenstromunterschiede sicher im Griff. Wir bauen, haben Sie vielleicht den Ansatz gesehen oder das Bild wird jetzt zu klein sein, aber ich stehe hier gerade vor einem HSBC 200. Der hat einen Pufferspeicher, 100 Liter im unteren Bereich und 200 Liter oder 300 Liter Trinkwassererwärmer direkt integriert. Und diese gesamte Schaltung passt heute auf einen minimalen Footprint in wirklich kompakten Modulen und Modellen. Von daher Empfehlung für Sie als Unternehmen, Installateur, Meister, was auch immer Sie für eine Position begleiten in Ihrem Unternehmen, wählen Sie eine betriebssichtliche Hydraulik, idealerweise ein Wärmepumpenset. Wir als Industrie arbeiten schwer daran, dass wir Ihnen die Arbeit immer leichter machen, wenig Komponenten an die Wand zu nageln sind, sondern vielmehr Außenteil mit Innenteil, wobei Stiebe Elfron ausschließlich Monoblockwärmepumpen entwickelt und produziert. Das heißt, unser Kältekreis ist in einem Gerät beinhaltet oder konstruiert, sodass Sie mit Heizungsvorlauf, Heizungsrücklauf Heizwasser an das Gerät anschließen und somit die Installation super einfach und leicht wird und Sie ohne Kälteschein, ohne Limitierung in der Kältemittelleitungslänge, Höhe und so weiter zurechtkommen. Wobei ich die beiden Philosophien gar nicht verteufeln möchte oder mit gegeneinander ausspielen möchte. Ja, legen Sie für Unternehmen Standardsysteme fest. Das erleben wir immer wieder, auch ich als Trainer hier. Erfolgreiche Unternehmen haben gesagt, ich setze auf erstens die Technologie, zweitens den Lieferanten, drittens auf Systeme, die der Lieferant hat, die natürlich reproduzierbar sind und die für meine Mitarbeiter einfach zu installieren sind. Und wir helfen Ihnen da gern dabei, die Lösungen und Dinge für Ihr Geschäftsfeld, für Ihr Geschäftsmodell zu suchen und zu finden. Ja, wieder ein Hinweis auf die Toolbox. Sie erlauben mir das ein bisschen. In dem Hydraulikfinder in der Toolbox finden Sie alle von uns freigegebenen Hydrauliken, inklusive Kabelzugsliste, elektrischen Anschlussplan, den notwendigen Regelparametern und ja, auch der Stückliste, weil am Ende geht es auch darum, das Gesamtsystem zu vertreiben. Nummer vier, ich gucke so parallel auf meine Uhr, ich glaube, ich liege noch gut in der Zeit, geht mir trotzdem Mühe. Viertens, Heizkurve, Überströmventil, Mischer und Co. Ein Thema, was uns wirklich häufig begegnet. Und ich mag an der Stelle auch mal bemerken, dass ich es nicht gut finde, wie zum Teil oft das Fahrendwerk da geschimpft oder gestichelt wird. Schlichtweg haben wir es nicht in der Ausbildung gehabt, wir haben es nicht in der Meisterschule gehabt, wir haben es nicht in, selbst im Studium war die Wärmepumpentechnik jetzt nicht dominant und von daher müssen wir uns halt rantasten und das lernen in Summe und das schaffen wir super easy, weil wir haben die Hydraulik im Griff, das ist unser Metier, wir haben auch Regelungstechnik und Elektrik im Griff. Was wir lernen müssen, ist zum Beispiel die Heizkurve. Wir erleben es immer wieder, dass die Kunden haben es nicht warm, ja, dann drehen wir halt die Heizkurve hoch. Was das zur Folge hat, habe ich Ihnen in Punkt 1 beschrieben. Wenn ich also das System viel zu hoch betreibe, als es eigentlich muss, dann sinkt halt die Effizienz und am Ende ist der Kunde unzufrieden mit dem, was er da hat. Und nochmal hier darauf hingewiesen, 1,5 bis 2 Prozent je Kelvin Temperatur geht entweder in die Dritten oder gewinnen Sie, wenn Sie sich um die Systemtemperatur kümmern und eben darauf achten. Noch viel schlimmer, haben Sie eine Hydraulik gewählt, die tatsächlich nicht Mengenkonstanten vom Mengenvariablenkreis trennen kann, also ein System, wo kein Pufferspeicher integriert ist, dann kann das auch zu Problemen führen, zu deutlichen Problemen. Wenn nämlich der Wärmeerzeuger, also die Wärmepumpe, eine Anforderung hat aufgrund ihrer Heizkurve, die deutlich über dem liegt, was der Raum tatsächlich braucht, dann machen natürlich die Zonenventile irgendwann zu und die Wärmepumpe kriegt ihr Wasser nicht mehr. Überströmventil, eventuell nicht richtig eingestellt und ja, dann gibt es Probleme, nicht nur im regulären Betrieb, sondern auch im Abtauprozess und und und. Also von daher, das wirklich im Griff haben und sich das gut anschauen. Solche Hydrauliken haben Vorteile, die haben deutliche Vorteile. Ich stehe hier neben so einem Kompaktsystem, der heißt bei uns HSBB 180 Plus, der enthält keinen Pufferspeicher und jetzt werden die einen oder anderen sagen, oh Gott, keinen Pufferspeicher, also jeder das, was er möchte und was er für gut und richtig hält, aber das ist eine sehr platzsparende, einfache, zum Beispiel auch für die Dachzentrale, für die ehemalige geeignete Lösung, weil wirklich sehr platzkostengünstig und eben leicht installierbar. Schlichtweg, ich habe keinen Pufferspeicher, ich muss mich um die Nummer 19 kümmern. Das ist in dem Fall hier ein Überströmmentil, weil wenn das System 32 hier nicht richtig mitarbeitet, dann muss 19 agieren oder funktionieren. Sie können auch sagen, ich verbinde einzelne Kreise mit einer Fernbedienung aus dem Hause Stiebe-Eltron, sodass Sie trotzdem eine Einzelraumregelung haben für bestimmte Kreise in dem Gebäude und somit immer der Mindestvolumenstrom zur Verfügung steht oder Sie greifen sogar zurück auf eine Einzelraumregelung unseres Hauses, dem System Isitron, wo während der Abtauung oder während, dass der Mindestvolumenstrom immer sichergestellt ist. Ja, also so Dinge sind möglich. Warum habe ich ganz rechts oben hier den Mischer nochmal eingekreist? Das erlebe ich auch des Öfteren. Kann sein, dass es noch aus der Zeit kommt, wo wir eben viel mit fossilen Heizgeräten arbeiten. Ich sehe oft einen Mischer nach der Wärmepumpe, obwohl nur ein Heizkreis zur Verfügung oder überhaupt zu bedienen ist. Und Sie brauchen sowas nicht. Wenn also die Wärmepumpe ist in der Lage, die Systemtemperatur entsprechend zu liefern und Sie brauchen keinen Mischer, außer, Klammer auf, Sie haben dort einen Feststoffkessel eingebunden, Sie haben vielleicht eine Solarthermieanlage dran, also Sie haben ein höheres Temperaturniveau, Sie wollen den integrierten oder angeschlossenen Pufferspeicher mit günstiger Energie aus der eigenen Stromerzeugungsanlage gesondert befüllen und überheizen, dann kann man über Mischer nachdenken, aber ansonsten lassen Sie den Mischer weg, wenn wir in einer einfachen Anlage sind, das kriegt die Wärmepumpe nicht nur hin, sondern sehr gut geregelt. Ja, Empfehlung, machen Sie Ihr Unternehmen fit für den hydraulischen Abgleich und die Ermittlung der notwendigen Heizkurve. Wählen Sie eine betriebssichere Hydraulik, idealerweise ein Wärmepumpenset. Wir sind wieder dabei, also vorparametriert, vorkonfektioniert auch viel von unserer Seite. Schauen Sie sich an, wann möchte ich, wann nehme ich einen Pufferspeicher, wann nehme ich keinen. Das ist Ihre Entscheidung und Ihr System. Viele tendieren zum kleinen Pufferspeicher und nutzen unseren HSBC 200 oder HSBC 180, um zu sagen, da habe ich eine Entkopplung, total fein. Und andere sagen, nee, ich habe das im Griff und ich nutze halt ein kompakteres System. Bilden Sie Ihre Mitarbeiter aus. Ich als Trainer habe da fein Reden, aber wir machen täglich unseren Wärmepumpenführerschein bundesweit an vielen Standorten und machen sich gern schlau, wo wir den Wärmepumpenführerschein durchführen. Der ist im Typ A für Montere zugänglich, im Typ B für Technikermeister und im Typ C für Kundendiensttechniker. Gut, ich hoffe, ich springe nicht zu schnell durch. Wärmepumpen im hybriden Betrieb. Also wir werden wahrscheinlich 65 Prozent erneuerbare Energien, die Diskussion möchte ich hier nicht wiederholen und nicht zu sehr thematisieren. Fakt ist, auch hybride Systeme werden eine Erfüllungsoption darstellen, um die 65 Prozent erneuerbare Energien sicherzustellen. Und für uns als Ausführenden ist es wichtig, dass wir eine gute Hydraulik wählen. Deswegen, also häufig anzutreffende Fehlerbilder. Was mir auffällt manchmal, trotz neuer Wärmepumpe, ist der bestehende Wärmeerzeuger noch immer ständig in Betrieb. Die Wärmepumpe schaltet häufig, taktet. Die Wärmepumpe meldet Störungen, obwohl sie gar nicht in Betrieb ist. Oh weia, wie geht das denn? Und die Regelgeräte von Wärmepumpe und zweiten Wärmeerzeuger kommunizieren nicht oder nur unzureichen. Sie sehen auf der rechten Seite ein Set, was unser Unternehmen kreiert hat. Das ist unser Hydraulikmodul für die hybride Ankopplung. Sie sehen hier einen Trinkwasserspeicher. Die Wärmepumpe ist in dem Fall draußen. Hier auf dem Bild nicht zu sehen. Und dieses Set haben wir kreiert, um speziell bestehende Wärmeerzeuger mit Wärmepumpen zu kombinieren. Ich habe Ihnen aber, glaube ich, auf der folgenden Seite noch eine Hydraulik mitgebracht, wo Sie sehen können, worauf es uns besonders ankommt in dem Fall. Sie sehen wieder hier, die Wärmepumpe Nummer 1 fördert in den Pufferspeicher Nummer 8. Der Rücklauf aus dem Heizkreis 32 kommt immer zunächst zur Wärmepumpe. Das ist sehr, sehr wichtig. Das kälteste Temperaturniveau sollte immer von der Wärmepumpe gesehen werden können oder beladen werden können. Und mit dem Vorlauf hier, da funktioniert es jetzt, oder darauf will ich hinaus, hier ist ein Mischventil Nummer 18 installiert. Und dieses Mischventil entscheidet, wie viel Wasser fließt in Richtung 11, also zur hydraulischen Weiche des bestehenden Kessels oder des ohne Weiche betriebenen NT-Kessels. Oder geht Wasser denn direkt vorbei und betrifft den Kessel gar nicht. Und das ist genau das, wie unser Unternehmen solche Anlagen regelt. Das heißt, die Wärmepumpe macht die Grundlast und der Spitzenkessel packt oben drauf, was noch notwendig ist. Und idealerweise sprechen die Regelgeräte miteinander. Nicht nur idealerweise, sie müssen miteinander sprechen. Einfachsterweise über einen Schaltkontakt, besterweise über 0 bis 10 Volt oder PWM-Kontakt oder Schnittstelle, sodass unser Regler, der ist in dem Fall der Chef, die Wärmepumpe in der Grundlast betreibt und den Spitzenlastwärmeerzeuger hinzufügt. Auch diese Hydraulik und alle Einstellungen, alle notwendigen Dinge finden Sie in unserem Hydraulikfinder. Und auch da habe ich mir getraut, ein paar Empfehlungen für Sie aufzuführen. Legen Sie sich fest, hybrid und wenn ja, an welche Grenzen? Merkt man, ist immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Es gibt die Fraktion, die sagt, wenn, dann mache ich eine Vollsanierung. Die Vorderlauftemperatur habe ich im Griff. Ich gucke mir die Heizflächen ganz genau an. Und ich möchte nicht zwei Systeme mit zwei Grundgebühren und, und, und im Haus haben. Und ich möchte auch nicht, dass, wenn ein kleiner Wärmeerzeuger stirbt, ich den dann ersetzen muss, weil der andere nicht groß genug ist. Also das sind die Argumente der einen Partei. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, wieso. Da ist vielleicht ein bereits installiertes Gerät, was erst vor wenigen Jahren saniert worden ist. Und warum soll ich das nicht weiter betreiben? Wir haben noch einen Vorrat an Energieträger, also an Öl da und möchten den noch verbrauchen. Also gibt es die verschiedensten Argumente und da möchte ich gar nicht hier drüber urteilen. Nur legen Sie sich fest für sich, was Sie möchten. Und wieder dann bilden Sie Ihre Mitarbeiter aus. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu penetrant nochmals benannt. Aber wir haben einen hohen Anteil an Einsätzen, die wir mit unserem Kundendienst fahren, der ohne Ersatzteil erfolgt. Und das deutet dann immer darauf hin, dass wir hydraulisch, elektrisch, regelungstechnisch ein Thema haben. Ich bin selber Heizungsbauer, beteilige mich nicht daran, irgendwie hier Ärger zu verbreiten. Ganz im Gegenteil, ich möchte dazu beitragen, dass wir als Heizungsbranche sehr, sehr schnell die vielleicht noch neue Technologie kennenlernen und möchten als Unternehmen entsprechend zu beitragen und liefern eine ganze Menge an Tools und Dingen, die Sie da zur Verfügung haben. Zum Beispiel hier Hydraulik und unseren Wärmepumpenmanager. Dort können Sie abrufen und sich anlesen, welche Parameter welche Funktion haben und was wir dort empfohlen haben. Wie auf einer Zigarettenschachtel, wenn ich jetzt gerade hier so reingucke, das sind auf der rechten Seite ziemliche Schockbilder. Ich will Sie nicht von der Wärmepumpentechnik abschrecken, aber manchmal hilft es auch, so ein paar Dinge zu zeigen. Der Kondensatablauf. Nummer sechs, Kondensatablauf. Was passiert, wenn Sie bei der Luftwasserwärmepumpe das logischerweise anfallende Kondensat, also wenn Sie Luft abkühlen, das wissen Sie alle, dann betaut es an kühlen Oberflächen. Vielleicht ein schönes Beispiel, die Flasche, die ich aus dem Kühlschrank geholt habe und am warmen Sommertag auf den Gartentisch stelle. Also wir haben Wasser. Wir haben ständig Kondensat, das abzuführen ist. Und wir haben besonders viel Kondensat, wenn es um das Abtauen geht. Also jede Wärmepumpe muss bei tiefen Außentemperaturen, aber bei bestimmten, nicht bei tiefen, also bei Temperaturen oder, ja genau bei Temperaturen, wo die Austrittstemperatur der Wärmepumpe unter den Nullpunkt gerät oder abgekühlt wird, muss eine Wärmepumpe abtauen. Und deswegen, bitte kümmern Sie sich um den Kondensatablauf. Und was man nicht machen darf, man darf den Kondensatablauf nicht ignorieren, weil dann passiert sowas, dass die Kondensatwanne, die sich hier unten drunter unter dem Verdampfer befindet, tatsächlich vereist. Und beim Wiederanlauf das Gerät tatsächlich, hier sehen Sie den Lüfter, immer wieder Wasser ansaugt und letztendlich schlägt dieser Lüfter. Und die Wärmepumpe versucht sich lange selbst zu retten, aber das wird Ihnen in dem Fall nicht gelingen. Bitte schließen Sie den Kondensatanschluss nicht direkt an einen Ablauf, an ein Kanalsystem an, was auch Schmutzwasser beinhaltet. Was das zur Folge hat, sehen Sie dann hier an diesem Bild. Obwohl wir großen Wert auf unsere innen- oder metallführenden Teile und was Wert legen, ist natürlich sowas Kanalgase und so weiter nicht wirklich gut. Von daher achten Sie darauf, den Kondensatanschluss ordentlich zu verlegen. Ich habe hier nochmal einen Abtaubprozess mitgebracht. So sieht ein Verdampfer aus, wenn er frei ist. Dann bereift die Oberfläche, so wie Sie das von Ihrer Autoscheibe kennen, im Winter. Und der Abtaubprozess sieht dann so aus, dass der Verdampfer abgetaut wird. Das erfolgt übrigens im Umkehr, also in der Kreisumkehr. Das heißt, der Kältekreis fungiert für einen Moment andersherum. Warme oder Heißgas, also Wärme wird in Richtung Verdampfer geführt, damit das Eis abgetaut und Energie dem Haus entzogen für kurze Zeit. Und danach ist der Verdampfer wieder frei und alles geht weiter. Ein ganz normaler Prozess, lassen Sie sich gar nicht von abschrecken. Jede Wärmepumpe taut ab, jede Luftwasserwärmepumpe taut ab. Von daher keine Sorge, ich wollte mit meinen Bildern auch nicht dramatisieren, wollte Sie nur darauf hinweisen, bitte achten Sie darauf, die Wärmepumpen haben in der Regel einen Anschluss für einen Kondensatablauf. Sie sehen hier mal auf dem Bild, hier links, einen Anschluss auf der Unterseite des Gerätes. Der ist hier in einen ausgekofferten Bereich geführt, mit Kiesbett gefüllt und in einen Drainagebrot zum Beispiel hineingelegt, sodass das Kondensat abfließen kann. Oder aber Sie haben das Gerät auf Konsole installiert, auch dann im Kondensatablauf. Und dann bitte installieren Sie eine Rohrbegleitheizung. Wir liefern sowas dann mit im Zubehör, können das direkt im Wärmepumpenregler anschließen und ab einer bestimmten Außentemperatur ist die Begleitheizung des Kondensatanschlusses mit sehr, sehr geringer Leistung in Betrieb und hält den Kondensatanschluss frei, verhindert das Vereisen und geht auch gar nicht anders, weil Sie haben hier den Kondensatanschluss frei in der Luft hängen. Beliebt auch, oder manchmal sieht man es, dass man es auf dem Dach dann einfach frei heraus den Kondensatschlauch laufen lässt, ohne Kondensatbegleitheizung. Das führt sehr häufig zum Vereisen des Gerätes. Also achten Sie bei der Aufstellung auf den Kondensatanschluss oder, ja, ich stehe hier vor einem Produkt oder wir haben auch Produkte im Programm, wo die Wärmepumpe auf Standkonsolen montiert ist und das Kondensat frei abläuft nach unten. Da wiederum ist es wichtig, dass ein Kiesbett drunter ist, dass das Kondensat tatsächlich auch frei ablaufen kann und kein Gehweg oder anderes, weil dann das Wasser gefriert und zu anderen Problemen führt. Also der Kondensatablauf. Und die ganzen Empfehlungen habe ich wahrscheinlich jetzt schon wieder erzählt. Legen Sie sich fest, welche Art der Aufstellung möchten Sie verfolgen und welches Zubehör brauchen Sie dafür, ja? Weil das ist was, was ich feststelle in unserer Branche. Wir sind nicht so oft draußen gewesen und mussten irgendein Fundament erstellen oder so viele Wanddurchbrüche nach außen erstellen und Dinge lernen. Und das kommt halt hinzu, wobei auch andere Dinge wegfallen, wie die Schornsteinsanierung zum Beispiel. Und von daher legen Sie sich fest, was Sie da brauchen, welche Aufstellungsart Sie wählen, wen Sie vielleicht mit ins Boot holen wollen oder wie Sie Ihr Team da noch ausrüsten, aufstellen müssen. Schauen Sie sich die Gegebenheit vor Ort an und wählen Sie den Aufstellort entsprechend. Nicht nur wegen dem Kondensatablauf, wichtig, komme ich gleich noch zu. Und sehen Sie bei der Innenaufstellung auch einen Kondensatablauf vor. Steve Eltron baut auch innenaufgestellte Geräte und ja, auch da muss das Kondensat weg. Wichtig, letzter Punkt, schließen Sie auch bei der Wärmepumpe Wartungsverträge ab, reinigen Sie regelmäßig die Kondensatwanne. Ansonsten haben Sie den Kondensatanschluss verdreckt und ja, das führt dann zu den gleichen Problemen. Ich habe gerade über die Aufstellung gesprochen. Schallemissionen. Häufig anzutreffende Thesen, Wärmepumpen sind laut und mit einträchtigen Nachbarschaft. Aufstellort zu finden ist super schwer, geht fast gar nicht. Bei engen Bebauungen bin ich quasi hilflos und mittellos. Wärmepumpen gelten als Bauwerk und lösen Abstandsmaße aus und Geräuschproblematiken zu lösen ist entweder teuer oder ziemlich unmöglich. Das sind Thesen. Ob die wohl stimmen? Fragezeichen. Ich versuche es mal hier an dem Beispiel herzuleiten. Sie sehen hier eine Wärmepumpenkaskade, zwei Luftwasserwärmepumpen, die ein Mehrfamilienhaus betreiben. Beide sind aufgestellt in einer Gabione, sehr geschützt aufgestellt und weisen den notwendigen Abstand zum Nachbarn auf. Und jetzt schaue ich mal, was ich auf der nachfolgenden Folie mit habe. Genau, denn die dringende Empfehlung, die dringende klingt schon wieder, als wenn ich das als großes Problem beschreiben möchte. Ich möchte eher die dringende Empfehlung geben, dass Sie sich mit dem Aufstellort frühzeitig beschäftigen. Sie sehen, das Wichtige, was wir zu beachten haben, ist die T-Alarm. Und die T-Alarm beschreibt Emissionsrichtwerte, die wir am schützenswürdigen Raum des Nachbarn einzuhalten haben. Das heißt, Sie sehen, dass wir hier in dem Foto, sollte es tatsächlich einmal zu Problemen kommen, dann wird gemessen, wie ist denn der Schalldruckpegel? Der Schalldruckpegel, einen halben Meter vorm geöffneten Fenster des Nachbarn. Und was bedeutet das für meine hier aufgestellte Wärmepumpe? Und wir Planer machen das genau rückwärts. Wir kennen den Schallleistungspegel. Verwechseln Sie bitte auch nicht diese Werte. Schallleistungspegel ist die Produkteigenschaft. Also meine Stimmbänder sind gerade der Schallleistungspegel. Und wenn Sie hier mit im Raum werden und ein paar Meter Abstand vor mir sitzen würden, dann würden Sie den Schalldruckpegel empfangen. Also Schalldruckpegel beinhaltet immer auch einen Abstand. Und wir Planer versuchen jetzt, nicht versuchen das, sondern es gelingt auch regelmäßig rückwärts zu rechnen, welchen Mindestabstand brauchen wir denn. Und welchen Mindestabstand gilt es einzuhalten? Machen wir mal ein Beispiel. Sie sind im allgemeinen Wohngebiet und da sind nachts 40 dBA Schalldruckpegel oder 40 dBA sind am Fenster des Nachbarn einzuhalten, zu unterschreiten oder nicht zu überschreiten. Und das ist was, was wir jetzt mit einem Prognoseverfahren errechnen und berechnen können. Und hier sehen Sie mal Schallemissionen. Also wir sind da sehr, sehr auskunftsfreudig und es ist sehr wichtig, dass Sie mit den richtigen Werten arbeiten. Wir geben also hier die unterschiedlichsten Schallpegel an. Sie sehen hier Schalldruckpegel in 5 Metern Abstand. Nehmen wir mal die 09 Classic hier als Beispiel. Dann sind wir hier bei 30 dBA und bei maximaler Außenaufstellung, Schallwege Außenaufstellung Max, Schallleistungspegel, der liegt deutlich höher, weil es natürlich ohne Abstand direkt an der Schallquelle ermittelt worden ist. Und beachten Sie bitte, wo Sie das Gerät hinstellen. Wir sehen hier unten nochmal unterschiedliche Formen der Aufstellung und je nach gewählter Art der Aufstellung sind Zuschläge notwendig beziehungsweise Abschläge an der oder Aufschläge auf den notwendigen Mindestabstand. Und wenn Sie halt so was machen, nicht unbedingt zu empfehlen oder überhaupt nicht zu empfehlen, unter einem Carport, von mir aus noch einem Holzkarport, eine Wärmpumpe aufzustellen, da bauen Sie einen Resonanzkörper mit unter, der das Ganze verschlechtert. Also klingt alles sehr kompliziert und schwierig, ist es aber nicht. Sowohl der Bundesverband Wärmpumpe hat einen Schallrechner entwickelt, als auch die Firma Stiebe Eltron hat einen Schallrechner entwickelt und den erreichen Sie auch hier in unserer Toolbox. Sie können also dort, und das geht wirklich schnell von der Hand, gehen Sie vielleicht auch per Google Maps reinschauen, wo ist der Kunde, wo sind die Nachbarn, welchen Mindestabstand habe ich dort und reicht dieser Mindestabstand für dieses Produkt in diesem Art des Gebietes aus. Das lässt sich gleich ermitteln und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, wenn Sie das gemacht haben, haben Sie in der Regel keine Probleme und verstören oder verärgern dort niemanden. Wärmpumpen lösen Abstandsmaße aus. Oftmals wird das verwechselt, also dieses Thema, was ich gerade mit dem Mindestabstand aufgrund des Schalldruckpegels beschrieben habe, wird verwechselt mit den Mindestabstanden zur Grundstücksgrenze. Verwechseln Sie das bitte nicht. Einige Bundesländer, Hessen, NRW zum Beispiel, haben vor kurzem diese Regelung aufgehoben. Das heißt, eine Wärmepumpe löst dort keine Abstandsmaße mehr aus, können also direkt auch auf die Grundstücksgrenze oder nah dran gestellt werden, sodass also Beschränkungen diesbezüglich entfallen. Heißt aber nicht, dass Sie damit den Mindestabstand zum Nachbarn reduzieren dürfen oder außer Acht lassen dürfen. Und machen Sie sich da bei Ihrer Landesbeordnung, je nachdem in welchem Bundesland Sie leben oder das Produkt installieren möchten, schlau, habe ich doch Grenzabstände zur Grundstücksgrenze einzuhalten oder nicht. Okay, ja, kleiner fünf Minuten Zeitbedarf habe ich da beschrieben und da glaube ich auch fest dran. Gut, achtens, Warmwasserspeicher. Ich habe gerade die Sorge, dass ich jetzt zu schnell durch die Dinge gehe, aber ich hoffe, Sie notieren sich eventuell Fragen, die Sie dann haben an der Stelle. Achtens, der Warmwasserspeicher. Folgender Fall, Sie kommen zu einem Bauvorhaben und der Kunde ist noch begeistert von seinem Trinkwassererwärmer und findet das alles gut und möchte den behalten, weil die Investition ist ja schon groß genug. Das wird ja auch thematisiert, wobei die Summen, die da kooperiert werden, sind natürlich auch. Ja, spare ich mir die Bewertung, finde ich einfach nur schade. Aber angenommen, tatsächlich Ihr Trinkwasserspeicher, Sie möchten den bewerten. Häufig einzutreffende Fehlerbilder. Wir kriegen die gewünschte Trinkwassertemperatur nicht in den Speicher, wobei mit zunehmenden Vorlauftemperaturen in den letzten Jahren weniger ein Problem zu einem Problem geworden. Der Warmwasserkomfort ist nicht gegeben. Die Wärmpumpe befindet sich ständig im Warmwasserbetrieb. Solche Dinge können passieren. Wichtig auch hier, achten Sie auf die Hydraulik. Also hier haben wir die Ladepumpe Nummer 8, das Umscheltventil Nummer 9. Wird manchmal auch als Mischer ausgeführt, sodass der Mischer dann in der Trinkwasserwärme oder in der Raumheizung aus dem Warmwasserspeicher ausspeichert. Setzen Sie da auf Kompaktsysteme. Warum ich aber hier den roten Pfeil herangemalt habe, ist der Wärmeübertrager. Und zwar sollten Sie Obacht geben auf den Wärmeübertrager. Hier ist wichtig, dass Sie eine Mindestoberfläche sicherstellen. Und da können Sie sich merken, 0,25 Quadratmeter pro kW Heizleistung, die Sie übertragen möchten mit der Wärmepumpe, sind notwendig im Trinkwasserspeicher. Denn wir können nicht eine unendliche große Spreizung aufbauen. Eine Spreizung auf der Wärmeabgabeseite sollte so zwischen 5 und maximal 10 Kelvin liegen. Wir können und sollten nicht größer werden. Thema Mindestvolumstrom, Thema Effizienz. Und deswegen hilft nur eins, U ist U mal A mal Delta T. Wenn ich das Delta T klein halten möchte, muss die Fläche steigen. Und deswegen sind Wärmepumpenspeicher manchmal auch schwerer als andere, weil eine Menge an Wärmeübertrager drin steckt. Und das ist nicht unbedingt ein negatives Feature, sondern eher positiv, weil am Ende eine höhere Trinkwassertemperatur erreicht werden kann. Wobei ich nochmal wiederholen möchte, mit 65 Grad Vorlauf reiche ich Spiel in 55 Grad auch im Trinkwasserspeicher. Bin damit im Einfamilienhaus weit über den gesetzten Anforderungen. Habe ich übrigens vorhin noch vergessen, die Ergänzungs- und Notheizung ist auch integriert, um zum Beispiel den vielleicht vom Kunden gewünschten legionellen Schutz oder aber die Vorgabe der Normung, auch 60 Grad erreichen zu können im Trinkwasserspeicher, auch deshalb integriert. Gut, ja. Erkennt ihr das aus dem Betrieb von Wärmepumpen? Die Trinkwasserwärmung wird bei der Auswahl der Wärmepumpe nicht berücksichtigt. Bitte machen Sie das. Die Audi 4645 gibt dort was vor. Ein sehr einfaches Verfahren kann ich auf dem Bierdeckel mir ermitteln, wie hoch der Warmwasserzuschlag ist. Und Sie sehen es mal hier in dem Beispiel. Die untere graue Linie ist das Gebäude ohne Zuschläge und die obere graue Linie mit dem Punkt hier. Das ist die Auslegungsheizlast. Und Sie sehen schon hier, meine Gebäudeheizlast hat in dem Fall, muss ich ein bisschen schauen, was hatten wir da? 10 kW, genau. Und der Zuschlag für Warmwasserbereitung, Sperrzeiten lag in dem Fall bei 900 Watt. Also wir installieren in Summe 11 kW, um beides sicherzustellen. Ja, dieser Zuschlag erhöht sich noch, wenn Sperrzeiten vom Energieversorger geschaltet werden. Wobei, da bin ich ja in bester Gesellschaft, die Energiegemeinschaft weiß da mit Sicherheit viel, viel besser Bescheid als ich, ob das in Ihrem Fall dann zutrifft, wenn der Heizstromtarif gewählt wird. Okay, Empfehlung. Erster Spiegelstrich, nochmal die 0,25 Quadratmeter Fläche, KW-Heizleistung. Speichern Sie den halben Tagesbedarf des Wohnobjekts. In der VDI 4645 und auch in unseren Werkzeugen sind einfache Berechnungsmethodiken beschrieben. Oder wir berechnen Ihnen das da auch. Vereinfachte Verfahren, ausführliche Verfahren, um den Speicher tatsächlich auszuwählen. Die Auslegung nach DIN 7408 zum Beispiel, NL-Kennzahl, ist mit Skepsis zu beäugen, weil der Heizkesselzuschlag und die auf den Trinkwasserspeichern angegebenen NL-Kennzahlen oftmals nicht zur Spreizung oder zur Vordorftemperatur der Wärmeprobe passen. Von daher passen Sie da auf, dass Sie sich damit nicht die Karten legen und den falschen Speicher installieren. Am Ende wählen Sie betriebssichere Hydraulik und setzen Sie auf einen Wärmepumpenset. Mit wenigen Sets können Sie eine breite Masse an Systemlösungen oder Bauvorhaben umsetzen. Und letzter Spiegelstrich. Ich weiß nicht, ob da die Wärmepumpenfreunde zustimmen. Im hybriden Betrieb sollte der fossile Wärmeerzeuger die Warmwasserbereitung übernehmen. Ich finde, wenn Sie in ein Bauvorhaben kommen und tatsächlich hybrid bauen und der Wärmeerzeuger mit der Warmwasserbereitung dort schon steht, der Speicher nicht wirklich geeignet ist für die Wärmepupe, warum sollte denn der fossile Wärmeerzeuger dann nicht Trinkwassererwärmung mit übernehmen? Muss ich natürlich schauen, passt das zu meinen Förderbedingungen, die ich in dem Fall umzusetzen habe, passt das zu den Wünschen des Kunden? Das ist ja immer eine wichtige Nebenbedingung oder die entscheidende Bedingung. Oh, ein Punkt, der mir schwerfällt. Nummer neun, füllen und entlüften. Nicht schwerfällt, weil er so schwierig zu erklären ist, sondern weil er mir selber so leid tut für uns als Branche. Ich muss es leider so sagen, dass wir sehr oft immer noch an Anlagen kommen, die nicht entsprechend entlüftet worden sind. Auch wir als Industrie können immer noch besser werden. Das soll es nicht heißen. Aber ich habe mich auch oft gefragt, woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, dass wir eine Luftwasserwärmepumpe über Erdgleiche installieren, im Keller unser Innenteil bauen und dann die Heizanlage wieder im höher angeordneten Bereich haben? Oder liegt es daran, dass wir zu schnell füllen, dass wir uns nicht ausreichend Zeit lassen, dass wir Entlüfter oder Säcke reinbauen oder Luftsäcke einbauen? Die Heizwasserqualität ist davon nicht wirklich unabhängig, aber auch wichtig natürlich. Und die Druckhaltung, also das Thema MAG und Sicherheitsventil, eigentlich von der Wärmepumpe komplett unabhängig. Also was möchte ich damit sagen? Füllen Sie von der richtigen Stelle und von der Stelle aus, sparen Sie nicht an mikrobelasen Luftabscheider. Also das ist eine wirklich wichtige Sache. Ich glaube auch langsam oder manchmal, es ist dann einfach die Unkenntnis auch des Wärmepumpensystems an der Stelle, weil wir haben halt schlecht entlüftet, kann vorkommen, dann startet die Wärmepumpe und dann wissen wir nicht, was zu tun ist, weil die Wärmepumpe erst mal einen Hochdruckfehler auswirft. Und was bedeutet das dann? Auf der Wärmesenke kriegen wir die Wärme nicht los. Vielleicht legen wir uns dann zu schnell die Karten und sagen, oh Gott, der Kältekreis hat vielleicht ein Problem. Und wir haben gar nicht daran gedacht, dass es eventuell auch an der Luft im Heizsystem gelegen haben könnte. Von daher bitte nicht als Kritik verstehen, sondern einfach als Empfehlung darauf zu achten. Spüleinrichtung vorsehen eventuell. Und ja, füllen Sie die Geräte, bevor die Spannungsversorgung aktiv ist, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir lernen. Zum Beispiel unser HSBC hier, die Kombination aus Heiz- und Trinkwasserspeicher, der wird in Mittelstellung das Umschaltventil, was integriert ist, ausgeliefert. Und sobald Sie Strom draufbringen, fährt dieses Umschaltventil in Richtung Heizung. Und damit ist der Trinkwasserspeicher bzw. die Rohrwände da drin nicht mehr wirklich erreichbar beim Füllen und entleert sich dann, wenn Sie das erste Mal umschalten. Also auch da schauen, bzw. im Training können wir Ihnen auch zeigen, wie Sie das wieder dorthin zurückbewegen. Das ist ein einfacher Parameter im Regelgerät. Und ja, Ausdehnungsgefäß, insbesondere wenn Sie höhere Voluminas installieren, Sie haben höhere Puffervoluminas, achten Sie auf die Größe, den entsprechenden Vordruck und den Anlagendruck. Also die Druckhaltung ist wie bei jeder Heizungsanlage natürlich wichtig. Aber ganz häufig sind in den ersten 48 Stunden viele Fehler als Hochdruck zu verzeichnen. Und das hat nichts mit dem Gerät oder mit der Hydraulik zu tun. Am Ende doch mit der Hydraulik, aber das ist eher ein Fehlerfall zu suchen. Gut, Sie haben gemerkt, hat mir schwergefallen, die dringende Empfehlung. Aber da müssen wir wirklich gemeinsam drauf achten. Ja, und dann zehntens dachte ich, weil ich hier bei der Energiegemeinschaft zu Gast sein darf, der EVU-Kontakt, häufig anzutreffende Fehlerbilder von innen nach außen sind nicht ausreichend, beziehungsweise nicht die notwendigen Kabel verlegt. Dazu haben wir die Kabelliste in unseren Werkzeugen, in unseren Dokumenten. Wenn Sie also die Hydraulik sich ausdrucken, haben Sie die Kabelliste immer mit dabei. Der EVU-Kontakt, das ist das häufige Problem, der EVU-Kontakt ist nicht geschaltet vom Energieversorger oder belegt. Und deshalb geht die Anlage nicht in Betrieb. Ja, also angenommen, der Kunde hat keinen Heizstromtarif gewählt, aber im Regelgerät oder beim Regelgerät von Stiebe Elthron ist nicht berücksichtigt oder gesagt worden, entweder per Brücke oder per Parameter, dass es überhaupt keinen EVU-Kontakt gibt, dann kann es passieren, dass die Anlage im EVU-Kontakt steht, also im Stillstand und nicht in Betrieb geht. Tatsächlich häufiges Thema. Ja, dann, der Kunde möchte PV-Strom für die Wärmepuppe verwenden, jedoch passt das gewählte Zählermodell nicht. Also befassen Sie sich auch frühzeitig damit, welches Zählermodell passt überhaupt. Ist denn, bewege ich mich auf dünnem Eis vielleicht, aber gibt es denn tarifliche Vorteile? Sind die Vorteile so hoch, dass es gerechtfertigt ist, zusätzliche Zähler zu installieren? Ist der Verbrauch des Objektes überhaupt so groß? Ich meine mir mal so knapp 6000 Kilowattstunden als Stromverbrauch, als Kippgrenze erarbeitet zu haben. Und ja, also schauen Sie sich das an. Kann ich mit dem entsprechenden Zählermodell oder mit dem Messkonzept tatsächlich auch PV einkoppeln? Und so weiter. Jetzt werden Sie sich denken, der schreibt EPU-Kontakt oben drüber und spricht dann über einen Fehlerstromschutzschalter. Auch ein Punkt, den wir halt des Öfteren sehen, hat nichts mit dem EPU-Kontakt zu tun. Nur achten Sie darauf, alle Geräte von uns sind leistungsgeräte Geräte, sind Inverter. Ja, und deswegen der Fehlerstromschutzschalter B. Das war mir nochmal wichtig, hier das auch mit zu nennen, damit der Umstieg dann auch an der elektrischen Installation gelingt. Und ich merke gerade, so langsam aber sicher, ich hoffe, ich bin nicht zu schnell durchgerannt, Empfehlungen, melden Sie die Wärmpumpe rechtzeitig an. Klären Sie rechtzeitig mit dem Auftraggeber das gewünschte Zählermodell, gerade schon gesagt, Kabelzugslisten sicher arbeiten, gut vorbereiten und erklären Sie oder klären Sie die Elektroinstallation und die Schnittstellen zu anderen Beteiligten frühzeitig. Das ist auch das, was mir als Trainer oft gespiegelt wird. Sitzen Heizungsbauer im Raum und berichten davon, ja, das hat der Elektriker ja nicht und umgedreht. Also da kommen auch viele Fehlerquellen her und ist es am Ende nur ein Fühler, der auf der falschen Klemme sitzt oder ist es am Ende ein Umschaltventil, was in der Trinkwasserwärmung nicht nach rechts, sondern nach links dreht, dann ist, ja, der Anlagenbetrieb nicht sichergestellt, gilt aber auch heute für jede andere Heizung und von daher diese Empfehlung nochmal. Ja, wir sind Wärmpumpe in der Sanierung, erlauben Sie mir noch kurz ein paar Angeberfolien, so soll es nicht klingen, um Gottes Willen. Es ist uns wirklich wichtig, die Komplexität zu reduzieren. Wir haben lange genug auch davon geredet, lassen Sie die Wärmpumpe bei uns planen und es ist super wichtig. Wir bieten Kompakt-Sets an, wir bieten Werkzeuge an, mit denen Sie sich das Wärmpumpenset sehr schnell auslegen können und auswählen können. Mit den Sets überall das gleiche Regelgerät integriert und eingebaut, so dass Sie die Systeme sehr schnell und gut wieder einbauen oder wiederkehrend einbauen können, damit Geschwindigkeit und Kompetenz für Unternehmen sicherstellen. und ja, wichtiges Thema, ich stehe gerade hier, ich darf bei uns die Planungsabteilung zum Beispiel und Trainingsbereich verantworten und uns ist es extrem wichtig, als Unternehmen Stiegel-Eltron den Service und den Support für Sie jederzeit sicherzustellen und entsprechend nachhaltig auf ganzer Linie nicht nur mit dem Produkt, sondern grundsätzlich zu arbeiten. Ja und dann komme ich nochmal zu einem Set, zu einem Beispielset. Sie schauen hier auf eine WPL25 ACS im Kompakt-Duo-Set, vorhin schon beschrieben, die WPL20 ging vorhin so, also hier sind Sie bei einem Set so 16, 17 kW. Sie können wählen aus einem kompakten innenaufgestellten Speicher, Kombispeicher, bestehend aus Puffer und Trinkwasserspeicher in den Größen 200 oder 300 Liter, gerade schon benannt, durch den integrierten Pufferspeicher und durch beide Umweltspumpen, durch das Umschaltventil, durch die integrierten Fühler, die vorinstallierten Dinge, haben Sie absolute hydraulische Sicherheit. Sie haben eine leistungsgeregelte Wärmepumpe mit minimalen Schallemissionen am Start und ja, installieren für Ihre Kundschaft eben ein System mit nicht nur höchster Energieeffizienzklasse, sondern auch eben der Möglichkeit und darum ging es ja auch in Punkt 1, wenn ich da mal den Bogen schlagen darf, das auch mit Radiatorensystemen, nicht nur auch, sondern auf jeden Fall auch mit Radiatorensystemen betreiben zu können. Förderfähig nach BAFA wäre ein eigenes Seminarwert, haben Sie vielleicht auch schon gehört und gesehnt. Erlauben Sie mir noch den Hinweis, dass das gleiche Set, Sie sehen, der Speicher hat sich gar nicht verändert, das gleiche Set gibt es auch als Innenaufstellung. Angenommen, einer Ihrer Kunden sagt, ich habe hier einen Öltank, Lagerraum, der Öltank, der entfällt ja, der wird rausgenommen, der wird deinstalliert und jetzt habe ich den Raum zur Verfügung, ich habe zwei, idealerweise sogar zwei Kellerfenster über Eck oder ich kann hier super Außenwanddurchführung erstellen und installieren, dann können Sie auch eine innenaufgestellte Luftwasser-Wärmepumpe von uns beziehen und entsprechend einbauen. und das ist ja immer so eine am Ende auch Geschmackssache im Ausnahmbereich, habe ich genug Platz, darf ich da die optischen Veränderungen vornehmen, Thema Schallschutz innenaufgestellte, haben wir noch mal einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Systemen und ja, an der Stelle der Wunsch oder das Angebot vielmehr, dass Sie Fachpartner von uns werden und Sie sehen hier mögliche Vorteile, Zugriff auf unsere exklusiven Tools, so Serviceleistungen und ja, sehen Sie selber jetzt an der Stelle. Bin so ein bisschen am Ende angelangt der Präsentation, wird gerne noch mal die Teilung beenden. Ich verstehe, ob ich das hier schaffe, Freigabe stoppen, jetzt bin ich wieder groß im Bild, eventuell. Mal schauen und wollte Ihnen noch mal hier so ein bisschen was am Produkt zeigen. Ich sehe den Herrn Rudolf auf jeden Fall, der guckt noch entspannt, das heißt, die Zeit und auch der Rest war nicht ganz so ganz so falsch. Das heißt, ja, ich stehe hier vor einer Heizungswärmepumpe, vor einer Luftwasserwärmepumpe und ich habe Ihnen vorhin schon beschrieben, wir bauen also Monoblock-Geräte, sie schließen also in dem Fall ausschließlich Heizung und Elektroinstallation außen an und ich schaue mal, ob meine Kamera hier mitmacht, hat umgeschaltet auf den hydraulischen Anschluss, sehen jetzt hier Vorlauf und Rücklauf zum Beispiel und den elektrischen Anschluss. Alle unsere Geräte haben eine schwingungsentkoppelte Anbindung nach innen, das heißt, Sie können hier starr dran, je nach Produkt gibt es Zubehör, um letztendlich dann erdverlegt das Ganze zu realisieren, aber schwingungsentkoppelt. Dann der Elektroanschluss aus unserer Sicht einfach zu machen, weil coole Kabelzugsklemmen, in dem Fall wäre es jetzt hier die Busleitung, eine Steuerleitung zum Innenteil und eine Spannungsversorgung des Verdichters, also in dem Fall wären es hier drei Leitungen, die zu diesem Produkt hingeleitet werden müssten. Je nach Set befindet sich die Not- und Ergänzungsheizung auch im Produkt und dann wäre halt noch eine separate Stromzufuhr notwendig. Das ist unsere Luft-Wasserwärmepumpe. Ich habe jetzt hier nochmal auf, ich schwenke nochmal in den Bereich hier, genau, weil ich wollte Ihnen unbedingt noch unsere beiden Hydraulik-Sets zeigen. Das ist immer die Art und Weise, wie wir anschließen und installieren. Also hier ist alles vorinstalliert, wir haben die Heizungspumpe, die Proverladepumpe integriert und wir haben je nach Gerät natürlich, hier ist nur eine Pumpe drin, weil diese HSB B180 verfügt über keinen Pufferspeicher. Hier werden dann beide Pumpen installiert und für Sie als Heizungsbauer heißt es jetzt hier einmal von draußen Vorlauf-Rücklauf-Wärmepumpe hier in der Dimension 22, je nach Gerät natürlich draußen und dann haben wir hier Heizungsvorlauf- Heizungsrücklauf und dann fehlen noch zwei Anschlüsse und zwar ist das Kaltwasser-Warmwasser und Sie haben damit wirklich einfach das Innenteil angebunden mit einem sehr, sehr kompakten Footprint, einfachen Footprint und genauso beim HSBC 180, ich schaue mal, das ist der 5, die war es nicht, was habe ich denn da vorher, nicht so ganz, aber gut, Sie sehen jetzt vielleicht im oberen Bereich wieder zweimal Heizungswärmepumpe, zweimal Heizkreis, Kaltwasser, Warmwasser, das gilt es von draußen zu installieren und damit kennen wir uns ja als Heizungsbauer richtig gut aus. Ich zeige euch nochmal, was ich hier noch für Einstellungen hatte. Ja und zwar hier drüben, wenn Sie sagen, ich möchte separaten Speicher aufbauen und ich möchte die oder kann die kompakte Baueinheit nicht nutzen, ich möchte einen größeren Pufferspeicher installieren oder einen größeren Trinkwasserwärmer, dann haben wir hier unser Hydraulikmodul, auch wieder auf der linken Seite Heizungsvorlauf, Wärmepumpenvorlauf, Wärmepumpenrücklauf, Heizkreis, Trinkwarmwasseranbindung. Ja, also hier wieder integriert, Pumpe, Sekundär-Primärseite, dann Umschaltventil, Not- und Ergänzungseizung, Umdrehungstechnik und wer sich das mal auf der Wand installiert vorstellt und den Aufwand und die Zeit zusammenzählt, der wird schnell zum Schluss kommen, dass das eine sehr, sehr, sehr coole Idee ist, zumal vieles eben vorinstalliert ist und auch Fehlersicherheit gibt oder Fehler vermeidet. Und jetzt schaue ich mal, ich glaube, ich bin noch im Bild, hier ist unser Hydraulikmodul für Hybridanlagen. Jetzt sehen Sie, oh Gott, gerade hat er ja nur ein paar Anschlüsse gehabt, jetzt gibt es hier ein paar Anschlüsse mehr. Ja, das ist auch richtig, weil wir haben jetzt den zweiten Wärmerzeuger, den ehemals, nicht nur den ehemals, sondern den nach wie vor installierten anzubinden. Wir haben die Trinkwassererwärmung, die der Heizkessel dann noch mitmacht. Und aber auch hier habe ich alles integriert in diesem Hydraulikset und dieser Regel an diesem Hydraulikset ist sogar so clever zu sagen, bitte sack mir den Öl- oder Gaspreis, den Strompreis und ich ermittle mir selbst, ab welcher Temperatur, Außentemperatur es sinnvoll wäre, die Wärmepumpe und oder den zweiten Wärmerzeuger, das fossile Heizgerät zu betreiben. Also Sie sehen, wir versuchen kompakt zusammenzuarbeiten und wenn ich nochmal zur Wärmepumpe zurückspringe, wir machen das immer so, dass wir möglichst alle Außenteile auch mit den Innenteilen verknüpfen können, das heißt, Sie stellen sich Ihr Set und Ihr Modul zusammen. Ich muss noch einmal schwenken, gelingt mir das, ja, da wollte ich nochmal hinschwenken, da springe ich kurz ins Bild und zwar bin ich jetzt hier auf der anderen Seite in unserem Praxisraum und möchte natürlich nicht nur über Luftwasserwärmepumpen gesprochen haben, sondern eine sehr, sehr edle Wärmequelle erdreich oder grundwassergekoppelte Maschinen, wir stehen hier vor einer WPII erhältlich in 4 bis 15 kW in etwa und also für den Einfamilienhausbereich und das Ganze gibt es dann auch noch mal mit untergestellten Trinkwasserspeicher, das heißt auch als kompakte Einheit, sodass Sie das mit geringem Platzbedarf entsprechend installieren können und weitere Produkte können Sie gerade nicht sehen, so weit kann meine Kamera nicht schwenken. Das war das grob, ganz grob, so einen kleinen Einblick ins Portfolio für das Einfamilienhaus. Stiebe Eltron bietet und entwickelt, produziert auch Geräte für den Geschosswohnungsbau, ein sehr, sehr wichtiges Produktportfolio und sehr, sehr, sehr umfangreich auch von der Wärmepumpe bis oben zur Wohnungsstation über das Lüftungsgerät können wir also ein Mehrfamilienhaus auch kompakt ausstatten und gehen dann im Bereich Großwärmepumpe für kleine Nahwärmenetze und so weiter natürlich auch bis in Leistungsgrößen, die jetzt hier in dieses Webinar nicht passen, aber einige Grundsätze, die Sie heute gehört haben, sind natürlich auch für große Wärmepumpen entscheidend. So Herr Rudolf, und jetzt gebe ich Ruhe und hoffe noch ein bisschen Zeit für Fragen übrig gelassen zu haben. Ich danke Ihnen schon mal sehr, sehr herzlich fürs Zuhören, für den Ritt hier über die 10 Punkte. Ich hoffe, war was für Sie dabei und vielen Dank dafür. Vielen Dank Herr Röder, klasse für den spannenden Einblick für die 10 Punkte. Es sind einige Fragen angelaufen. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, oder soll man vielleicht gleich bei der Frage mit, ist auch die Umrüstung von Etagenheizungen auf Wärmepumpe möglich und sinnvoll? Im Fall der Etagenheizung würden wir zunächst einmal auf Wohnungsstationen schauen. Also wir würden dann versuchen zentral ein Wärmeerzeuger, also eine Wärmepumpenanlage zu installieren und dann eventuell alte Kaminschächte oder alte Schächte nutzen, um ein Zweileitersystem, also Vorlauf, Rücklauf, in die jeweilige Wohneinheit zu führen und dort eine Wohnungsstation zu verwenden, die im Durchflussprinzip das Trinkbarmwasser erwärmt, aber auch Raumheizung zur Verfügung stellt, alle Zähler beinhaltet und die gibt es für hohe Vorlauftemperaturen, die gibt es aber auch für moderate Vorlauftemperaturen mit integrierter Nachheizung über den Durchlauferhitzer. Also auch da würde ich dann sagen, also wenn Sie jetzt direkt fragen nach einer Wärmepumpenlösung für allein die Etage, das haben wir jetzt nicht im Portfolio und wir würden eher auf die zentrale Umstellung gehen. Dann gab es noch eine Frage, wie sieht es mit den Kältemitteln aus bei den SE-Wärmepumpen? Bei den SE-Wärmepumpen müsste ich jetzt nochmal nach, wissen Sie das eventuell, Herr Rudolf, was mit SE gemeint ist? Ne, leider nicht. Ach, kann das Stibel-Eltron sein? Ah, wahrscheinlich Stibel-Eltron-Wärmepumpen, genau, ja, das könnte sein. Das kann das Stibel-Eltron. Ja, also für uns zwei Schwerpunkte aktuell. Zum einen das Produktprogramm oder nicht das Produktprogramm, sondern die bestehenden tollen, einsetzbaren Produkte zu skalieren, also in der Menge, ja, deutlich zu steigern, sodass wir über die Menge verfügen, schlichtweg. Und zum anderen Entwicklungsschwerpunkt, der aber auch schon eine Weile bekannt ist, weil dieses Face-Down-Szenario nach F-Gase-Verordnung schon lange von der Industrie ja nicht nur erkannt ist, sondern auch umgesetzt wird. Und auch Stibel-Eltron wird sich da mit alternativen Kältemitteln zu gegebener Zeit und mit gegebener Sicherheit und Sicherheitskonzepten auch nicht nur beschäftigen, sondern diese auch auf den Markt bringen. Lassen Sie sich gesagt sein, dass aktuelle Produkte weder von Verboten noch Wartungsproblemen oder Nichtverfügbarkeiten von Kältemitteln irgendwie bedroht sind. Vielen Dank. Dann die nächste Frage, wie hoch ist die Leistung einer Wärmepumpe anzusetzen, wenn man 10 kW Heizlast errechnet hat? Wenn man 10 kW Heizlast errechnet hat. Also jetzt geht es um die Wahl der Betriebsweise. Wenn ich Monovalent fahren möchte, dann muss ich eine Wärmepumpe suchen, die genau 10 kW hat in der Auslegungstemperatur. Ansonsten würde ich jetzt mal pauschal raten, dann müssten wir in dem Betriebspunkt noch 7,5 bis 8 kW Wärmepumpenleistung haben, also im Bivalenzpunkt, sodass wir auf diese Deckungsgrade kommen, die ich vorhin angesprochen habe. Also immer schauen auf die Leistung bei A-7 zum Beispiel. Das ist ein Normen-Nennpunkt, den ich in den Unterlagen mir anschauen und dann entsprechend vergleichen kann. Okay, dann gab es ganz zu Anfang eine Frage. Was ist denn ein Wärmepumpenführerschein und was sind die verschiedenen Stufen? Ja, danke für die Frage. Also den Wärmepumpenführerschein haben wir vor Jahren entwickelt und haben gesagt, okay, wir möchten in einem eintägigen Seminar die Grundgriffe vermitteln und die Dinge, die ich heute eine Stunde gepackt habe, natürlich nochmal mit Übungen und mit praktischen Dingen auskleiden. A ist gedacht für den Monteur, also da geht es nicht um die wirkliche Auswahl des Produktes, sondern da geht es darum, wie stelle ich es auf, wie montiere ich es, wie kriege ich es in den Keller und wie nehme ich es in Betrieb, also wie aktiviere ich das Produkt. Stufe B orientiert sich an den Technikermeister, da geht es also um die Auswahl, da geht es um die Wertung der Heizflächen, da geht es um die Heizlastberechnung, die Bivalenzpunktbestimmung und am Ende die Vorbereitung der Installation und die Zusammenstellung der Stückliste und diese Dinge und in der Kategorie C geht es bei uns um die Inbetriebnahme vor allem, die Aktiv-, also die Wartung und auch Grundzüge der Reparatur, also Fehleranalyse, wenn Sie Unternehmen fit machen möchten und davon gehen wir ja mal aus, die die Produkte selbst servicieren können möchten. Ja, also Hauptziel ist dort festzustellen, handelt es sich um kältetechnisches Problem oder auch nicht, also im Teil C gehen wir auch noch nicht in die Kälte-Reparatur, sondern eher in das Analysieren und leichte Fehlerbehebung. Okay, dann die nächste Frage ist, wie groß sind die Abstrahl-, Stillstands- und Frostschutzvermeidungsverluste in Prozent oder absolut eines Wärmepumpenblocks? Boah, das ist eine komplexe Frage, also das hängt vor allem davon ab, wie Sie, ich nehme jetzt mal, ich nehme jetzt mal an, dass Sie meinen oder dass der Fragesteller meint, von der außen aufgestellten Wärmepumpe nach innen, ist von mir gar nicht pauschal zu beantworten, weil natürlich die Leitungsführung, die Leitungslänge und auch die Dämmung und Isolation des, des, der Leitung entscheidend ist. Also wenn Sie da von einem Hersteller ein kompaktes, vollgeschäumtes Rohr genommen haben, dann können Sie da sich anschauen, was die pro Meter Watt, pro Meter an Wärmeverlusten angeben. Für unsere Wärmepumpe kann ich sagen, dass sie nicht nur aus schalltechnischen Gründen, sondern auch aus wärmeschutztechnischen Gründen der Kältekreis vollständig eingehaust und isoliert ist. Und deswegen bitte ich um Nachsicht, dass ich jetzt keine Wattzahl raushauen kann, sondern eher vielmehr dafür werbe, sich mit der Anbieterleitung zu beschäftigen. Wie lang muss sie sein und welcher Qualität führe ich sie aus? Okay, dann gehen wir gleich weiter zur nächsten Frage. Woran liegt dieser große Mindest Volumenstrom? Bei Volumenstrom mit niedriger Rücklauftemperatur könnte ein guter Wärmetauscher die Wärmepumpe Wärme doch trotzdem übertragen? Ja, also da müssten wir jetzt in den Kältekreis und in die Verflüssigungstemperatur einsteigen. Also Wärme fließt ja immer vom Wärmeren zum Kälteren. Die Heißgastemperatur verlässt den Verdichter und überträgt die Wärme auf das Vorlauftemperaturniveau. Wenn wir jetzt, angenommen wir kommen mit 30 Grad Rücklauf rein und würden theoretisch mit 50 Grad Vorlauftemperatur fahren wollen, dann hieße das, dass das Heißgastemperaturniveau deutlich über 50 Grad liegen muss, um Wärme auf den Vorlauf zu übertragen. Nun wollen wir ja, aber, also das ist nur, das ist, da gibt es mehrere Gründe, aber das ist einer, wir sind dann in Effizienz, machen wir uns eben das Leben schwerer, als es sein müsste. Das heißt, je geringer ich die Spreizung habe, desto geringer auch mein Temperaturniveau auf der Wärme senke, also auf der warmen Seite und desto effizienter das Gerät am Ende. Aber es hat auch noch weitere technische Gründe im Kältekreis. Okay, vielen Dank. Dann geht es weiter zur nächsten Frage. Warum binden Sie Pufferspeicher parallel als Weiche ein? Energetisch sind doch im Rücklauf mit Überstromventil eingebundene serielle Speicher viel besser. Kann man so oder so sehen. Wir sind vor allem auf die Betriebssicherheit aus. Also uns ist wichtig, dass die beiden Systeme wirklich voneinander getrennt sind. Also im Pufferspeicher haben wir Druckdifferenz Null und Wärmepumpe und Heizkreis können wirklich zumindest bezogen auf den Betriebsdruck oder auf die Druckverhältnisse unabhängig voneinander arbeiten. Und das Thema Überströmventil, also der Fragesteller weiß mit Sicherheit sehr gut, wie es einzustellen ist. In der Branche haben wir ab und zu immer noch das Problem, dass wir entweder komplett überströmen, also zu früh oder zu spät, das heißt gar nicht. Also Überströmventile werden selten gut eingestellt und von daher haben wir uns seit vielen Jahren für den Parallelpufferspeicher entschieden, um die beiden Kreise sehr gut voneinander zu trennen. Und das Energetische würde ich auch so nicht unterschreiben. Also oftmals war ein Argument, dass man eine zweite Umweltspumpe benötigt, die nunmehr auch mit sehr geringen Aufnahmeleistungen einherkommen. Und wenn man den Pufferspeicher gut durchströmt und die Volumenströme dort dort bei der Inbetrieben haben wir gut wählt, dann habe ich auch geringere Temperaturverluste von Vorlauf auf, also von Wärmepumpenvorlauf auf Heizungsvorlauf. Aber ich merke jetzt, schweife ich aus, vielleicht ist dann sinnvoller, dann ein Seminar nochmal gemeinsam an die Wand zu malen oder ans Flipchart zu malen. Ja, jetzt gab es noch eine Frage zum Lärm und zum Schall. Da war jetzt eine Frage, was ist mit dem Lärm in Richtung des eigenen Gebäudes? Und dann war auch noch eine Frage, wie laut sind die Innengeräte? Muss man da Schallschutz anbringen? Wie sieht das aus? Also ja, zum eigenen, zum eigenen, also zum eigenen Kunden natürlich auch wichtig, sich mit dem Aufsteiger zu beschäftigen. Das heißt, schauen, wo hat der Kunde sein Schlafzimmer, wo sind die Räumlichkeiten, wo kann ich das Gerät auch diesbezüglich ordentlich aufstellen? Die angesprochenen Mindestabstände schuldet der Betreiber sich nicht unbedingt selbst, also kann sich nicht selbst anklagen. Wenn ich natürlich Vermieter bin und das dem Mieter schulde, dann muss ich da unbedingt drauf achten. Das ist richtig. Aber ansonsten Grundregeln beachten, keine schallarten, auf keine schallarten Oberflächen stellen, nicht unter Schlaf- und Aufenthaltsraum, nicht neben die Terrasse. Also so Grundregeln, die man da berücksichtigen kann. Aber hoffe, das beantwortet es ein bisschen. Ja, dann gleich die nächste Frage. Kann eine Luft-Wasserwärmepumpe mit Heizkörpern in Bestand eingesetzt werden? Die ist zwischendrin aufgekommen. Deutliches Ja. Okay. Dann eine weitere Frage. Gibt es Einschränkungen, wenn im Bestand nur ein Einrohrsystem vorhanden ist? Ja, da sind wir wieder beim Thema Spreizung und auch, hat er bereits ein anderer Fragesteller die Frage gestellt, Einrohrheizungen leben ja systembedingt von hohen Spreizungen und von daher ist Obacht geboten, eher nicht zu empfehlen. Oder aber das Einrohrsystem vorab zu sanieren, um die Spreizung zu reduzieren. Ah, hier haben wir auch noch zum Thema. Ist eine Innenausstellung bei guter Belüftung besser als Außenausstellung? Thema Bivalenzpunkt? Nein. Ich merke gerade, dass ich eine Frage bei der Innenausstellung vorhin vergessen habe, zu beschreiben. Da ging es ja, glaube ich, um den Schallbegel der Innengeräte. Ja. Also diesbezüglich keine große Sorge haben. Also auch die Innengeräte sind über viele Jahre hin optimiert und sind da geräuschtechnisch, also was wir empfehlen, ist eine schallharte Tür zum eventuellen Nachbarräumen, die da vielleicht Schaden nehmen könnten. Und bei der Innenausstellung wichtig, die Entkopplung von Böden. Entweder den Estrich entkoppeln oder aber das Gerät entsprechend aufstellen, entkoppeln. Und die Frage jetzt war zum Wärmeverlust, habe ich das schon wieder vergessen, Herr Rodas, meine Güte. Ja, ob eine Innenausstellung gegenüber Außenausstellung zum Thema Bivalenzpunkt besser ist? Nein. Absolut identisch, weil wir leben mit derselben Außen- und Fortlufttemperatur. Es ist schlichtweg, dass wir die Luft erst nach innen ins Gerät bringen und dann wieder raus. Das ist das gleiche Prinzip. Okay. Dann gibt es noch eine Frage, gibt es einen COP-Unterschied der Kältemittel eines für R454C optimierten Gerätes im Vergleich zu einem R290-Block? Ja, den gibt es. Den muss ich mir aber genau wieder in Bezug auf die Systemtemperatur anschauen. Meist bei sehr hohen Vorlauftemperaturen, die dann in der Praxis eh nicht zum Einsatz kommen sollten. So in der Form, wie das vielleicht manchmal provolgiert wird. Also ich bin da als Planer sehr, sehr kritisch. Wir haben auch ein Produkt, was 75 Grad Vorlauf liefert und bereitstellt. Aber ich als Planer versuche eher die Systemtemperatur zu verändern. Um das zu reduzieren, unabhängig davon, was mir mein Gerät liefert. Und da hat dann 454C Vorteile. Okay, dann war noch eine Frage, haben Sie auch Wärmepumpen als Ersatz für 100 kW bzw. 500 kW? Ja. Allerdings müssen wir uns das genau anschauen. Auf welche Wärmequelle greifen wir zurück. In solchen Dimensionen, Leistungsgrößen ist es sehr oft ratsam, sich mit der Wärmequelle Erdreich, Grundwasser zu beschäftigen. Und sich das anzuschauen, weil die Erschließung der Wärmequelle genau aus diesem Grund und der Platzbedarf von einer Luft-Wasser-Wärmepumpenkaskade in der Dimension ist natürlich deutlich höher und das auch schwieriger zu erschließen. Aber super gern für solche Anfragen. Schreiben Sie uns an. Besuchen Sie uns in Böbling. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Unser Vertriebszentrum in Böbling freut sich da, Sie zu begrüßen. Wir haben dort Fachberatertechnik und eine Reihe von Kollegen sitzen, die Sie da beraten können. Genau, das wäre auch eine Frage gewesen, ob Stipel Eldon wieder im Raum Stuttgart reaktiviert wird. Das hätten wir jetzt gestellt. Hätten wir auch beantwortet mit Böblingen. Genau. Nicht nur reaktiviert, sondern eines der schönsten Standorte überhaupt mit tollen Möglichkeiten für Praxisschulung. Genau, das ist wahr. Dann gab es noch eine Frage an uns. Lohnt sich heute noch der Wärmepumpentarif? Wie sind die Sperrzeiten derzeit bzw. wie werden die zukünftig geändert wahrscheinlich? Du hast gerade nachgeschaut. Genau, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Also im Schnitt lohnt sich ein Wärmepumpentarif, wenn der Jahresverbrauch über 5000 Kilowattstunde ist. So ganz grob, das ist so die Richtung zwischen 5000 und 6000 Kilowattstunden. Lohnt sich das durchaus, noch ein Wärmepumpentarif abzuschließen. Die Sperrzeiten sind zum Teil variabel, weil die nach dem Höchstlastzeitfenster vom Netzbetreiber mit beeinflusst werden. Und meistens haben wir zwei Abschaltpunkte am Tag. Also einmal mittags und einmal gegen 17, 18 Uhr. Je nachdem, ob Sommer- oder Winterzeit ist. Und wie werden sie sich ändern? Das war noch der letzte Teil. Die werden sich wahrscheinlich ändern, wenn jetzt dann intelligente Messsysteme kommen, Smart Meter. Netzdienliches Verhalten. Netzdienliches Verhalten wird dann über § 14a vom Energiewirtschaftsgesetz dann noch mit Einfluss nehmen, wo die Wärmepumpe ja mit runterfällt. Genauso auch die Wallbox. Und dann wird natürlich auch die erneuerbaren Energien, wenn die permanent ausgebaut werden, dann wird es wahrscheinlich tendenziell, also es ist jetzt nur eine Prognose, wenn es viel erneuerbare Energie im Netz hat, dann wird wahrscheinlich der Tarif entsprechend günstiger sein. Und entsprechend dann wird die Wärmepumpe vielleicht ein höheres Temperaturniveaus fahren, weil dann der Strompreis entsprechend günstiger ist und dann die Wärme entsprechend Puffern, Überpufferspeicher etc. Und dann, wenn die Phase wieder etwas preishöher wird, preissensibler der Kunde dann auch entsprechend ist, dann vielleicht die Wärmepumpe aus und speichert sich erstmal bedienen, bevor sie sich wieder einfällt. Die Schnittstelle dazu haben alle Wärmepumpen schon an Bord. Genau. SG Ready ist ein sauber Wort. Genau. Wir haben ganz viele Wärmepumpe von Stiebel-Eltron wie von allen anderen Herstellern, die dann auch entsprechend gekoppelt sein können über Photovoltaikanlage, Heimenergiemanagement, wo sich ja auch natürlich ganz viel Dynamik aus dem Haus entwickelt. Das Thema Heimenergiemanagement 14a, das wird ein Thema sein, die uns dann jetzt Richtung Herbst beschäftigen, wo wir auch dann wieder Veranstaltungen anbieten und auch im Neujahr. Ja, weil das wird ja kommen mit dem Smart-Meter-Rollout und dann ist es auch nicht mehr aufzuhalten. Da bleibt uns nur vielen Dank zu sagen an Sie, Herr Röder, an alle Teilnehmer. Super Frage. Und wie gesagt, es ist aufgezeichnet, die Folien auch. Also wir werden das schnellstmöglich online stellen, also wahrscheinlich morgen. Genau. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Einladung, Herr Röder. Genau. Gerne. Nochmal kurz zwei, drei Hinweise. Unsere nächste Veranstaltung, 8. Mai, hydraulischer Abgleich, 10. Mai geht es ums Heizungswasser. Auch großes Thema für die Wärmepumpe, weil sich die VDI-Norm entsprechend geändert hat. Also schau jetzt einfach bei uns auf der Webseite vorbei. Wärmepumpetag. Genau, Wärmepumpetag, 27.09. Großes Thema. Also lohnt es sich jetzt schon, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Alles klar. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.